Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um einen Langzeittest des Tamron 70180 Blende 2.8 für Sony E-Mount. Ich habe das Objektiv jetzt seit über einem Jahr im Einsatz und möchte meine Erfahrung gerne mit euch teilen. Und wir legen los gleich nach dem Intro. Kommen wir zu meinem ersten Eindruck. Als ich das Objektiv das erste Mal aus der Verpackung genommen habe, war ich wirklich beeindruckt von seinem schlanken Design und der hervorragenden Verarbeitungsqualität. Es fühlt sich trotz des Kunststoffgehäuses einfach unglaublich robust und langlebig an. Und ich war von Anfang an sehr zuversichtlich, dass es mich lange begleiten wird. Und was das Gewicht angeht, ist es echt leicht und ich konnte es problemlos bei all meinen Outdoor-Shootings mitnehmen. Zum Vergleich, das Sony 70200 Blende 2.8 wiegt 1480 Gramm, während das Tamron nur 810 Gramm auf die Waage bringt. Was die Bildqualität betrifft, bin ich total begeistert von diesem Objektiv. Die Bilder sind ultra scharf und mit einem wunderschönen Bouquet und einer Farbwiedergabe, die einfach unglaublich ist. Ich habe das Objektiv bei vielen Gelegenheiten verwendet, darunter Hochzeits-, Landschafts-, Porträts- und Actionaufnahmen. Und jedes Mal hat es mich einfach umgehauen. Ich denke, dass das Tamron 70180 Blende 2.8 eine hervorragende Wahl für jeden Fotografen ist, der Wert auf Schärfe und Detailreichtum legt. Auch bei Offenblende von Blende 2.8 werden die Porträts bereits richtig scharf. Was ich im Übrigen für wichtig halte, denn im Grunde kauft man sich ja kein offenblendiges Objektiv, um hinterher ausschließlich ab Blende 4 damit arbeiten zu können. Ist ja Quatsch, Schwachsinn. Die Autofokusleistung ist ebenfalls beeindruckend. Der schnelle und präzise Autofokus hat mir ungemein geholfen, die richtigen Momente einzufangen. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen konnte ich immer schnell und zuverlässig fokussieren, ohne dass das Objektiv herumschwankte oder stotterte. Hier muss aber auch gesagt sein, dass ich hier mit dem schnellen und zuverlässigen Autofokus der Sony Alpha 7c und der Sony Alpha 7 IV arbeite. Das Objektiv verfügt über einen Autofokusmotor, der schnell und leise arbeitet. Das ermöglicht es mir, mich auf das Motiv zu konzentrieren und es scharf zu stellen, während ich den Augenkontakt zum Model halten kann. Selbst bei beweglichen Motiven habe ich sehr gute Ergebnisse erzielt. Den leisen Autofokus halte ich vor allem für Videoaufnahmen für besonders wertvoll. Nun, nach mehr als einem Jahr in meinem Besitz gibt es allerdings ein Problem, das ich bemerkt habe. Das Objektiv hatte bereits nach wenigen Monaten einige Staubeinschlüsse. Obwohl es meine Bilder nicht wirklich beeinträchtigt hat, ist es doch etwas enttäuschend, dass es so schnell passiert ist. Die Staubeinschlüsse scheinen innerhalb des Objektivs zu liegen und sind mit bloßem Auge sichtbar. Ich denke, dass es wichtig ist, es zu erwähnen, damit ihr eine fundierte Kaufentscheidung treffen könnt. Das ist übrigens ein häufiges Problem bei Objektiven, besonders bei Zoom-Objektiven, die viele bewegliche Teile haben. Auch bei meinen anderen Zoom-Objektiven, wie dem Tamron 2875 Blende 2.8, habe ich ein paar wenige Staubeinschlüsse. Allerdings bei weitem nicht so sehr, wie bei dem 7080. Ich habe das Tamron 7080 Blende 2.8 bei zahlreichen Gelegenheiten eingesetzt, darunter Hochzeiten, Portraitaufnahmen und Landschaftsfotografie. Testweise hatte ich es auch einmal bei einem Fußballspiel drauf, um der Mannschaft eines Freundes ein paar Aufnahmen für deren Instagram zu ermöglichen. Das Objektiv hat sich in jeder Situation als äußerst vielseitig und zuverlässig erwiesen. Dank der Blende von Blende 2.8 kann ich damit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen sehr gute Ergebnisse erzielen. Das Objektiv hat auch eine ausgezeichnete Brennweite von 70 bis 180 mm, was zu einem idealen Objektiv für Portraits und eben wie bereits erwähnt Actionaufnahmen macht. Die Brennweite von 70 mm ist ideal für Portraits und liefert eine hervorragende Tiefenschärfe, während die Brennweite von 180 mm perfekt für Actionaufnahmen oder Sportfotografie ist. Wobei ich regelmäßig auch auf Hochzeiten oder Portraits die 180 mm im Einsatz habe. Ich konnte auch feststellen, dass das Objektiv sehr schnell und wirklich auch einfach zu bedienen ist. Der Fokusring ist nicht zu glatt und präzise und ermöglicht es mir, den Fokus schnell und genau einzustellen. Auch der Zoomring lässt sich super leicht betätigen und ist super griffig. Aber Achtung, wenn ihr das Objektiv einfach so an euren Rucksack an den Capture Clip packt, dann fährt das Objektiv auch einfach mal aus. Hier hat Tamron aber Abhilfe geschaffen und mittels eines Schalters könnt ihr das Objektiv bei 70 mm feststellen. Außerdem ist das 70 bis 180 mm auch wetterfest und kann problemlos bei Regen und Feuchtigkeit eingesetzt werden. Erst kürzlich ist eine Hochzeit wortwörtlich ins Wasser gefallen, aber das soll ja Glück bringen. Ich wollte die beiden nicht ohne Fotos im Regen stehen lassen und für die Sony Alpha 7 IV und das Tamron 70 180 war das keine Herausforderung. Es ist wirklich besonders praktisch für Autoshootings oder für Fotografen, die gerne in der Natur unterwegs sind. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Zusammenfassend denke ich, dass das Tamron 70 bis 180 Blende 2.8 für Sony E-Mount eine hervorragende Wahl für jeden Fotografen ist, der Wert auf Schärfe, Detailreichtum und Vielseitigkeit legt. Das Objektiv liefert hervorragende Bildqualität und Autofokusleistung in einem robusten und wirklich auch langlebigen Gehäuse. Es ist jedoch einfach zu beachten, dass es ein Problem mit den Staubeinschlüssen gibt, was mich aber wirklich noch nie bei meinen Fotos eingeschränkt hat. Mit einem Preis von um die 1100 Euro ist zudem extrem preiswert und ist wirklich eine preiswerte Alternative zu dem ungefähr doppelt so teuren 70 200 Blende 2.8 von Sony G-Master. Ich hoffe, dass euch dieses Langzeit-Review des Tamron 70 180 Blende 2.8 für Sony E-Mount geholfen hat, eine Kaufentscheidung zu treffen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, hinterlasst das gerne unten in den Kommentaren und denkt daran zu abonnieren, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Bis dahin, ciao ciao und bis nächste Woche.